Ich starte aus der Gart, schiebe einen Arm weg. Auf der Seite, wo ich den Arm wegschiebe, bewege ich das Bein an ihren Hals und bewege meinen Oberkörper zur Seite. Ich muss hier in das Broschauen können. So weit auf die Seite drehe ich mich. Ich bringe meine Kniekehle hinten in ihren Nacken rein und mit dem Fuß mache ich eine Triangel in der Kniekehle. Nun spanne ich meine Beinmuskulatur an und presse die Knie zusammen. Kniekehle